Tagelang haben sich Fans Sorgen um die Beziehung zwischen Laura Maria Rüpper, 27, und Sänger Pietro Lombardi, 31, gemacht. Am Dienstagmorgen sendete die Influencerin schließlich eine eindeutige Botschaft in die Heimat. Sie sind die seit rund zwei Wochen anhaltenden Trennungsgerüchte damit für beendet erklärt und ist das Theater endgültig zu den Akten gelegt. Am östrigen Montag machte sich die 27-Jährige und Mama des kleinen Leano auf den Weg in den Urlaub. Schon kurz vor ihrem Abflug spekulierten zahlreiche Fans, ob ihr Verlobter Pai ebenfalls mit in die Maschine steigen würde. Die Antwort, ja. Trotz der Tatsache, dass der DSDS-Champion von 2011 in den vergangenen Tagen wie vom Erdboden verschluckt wirkte und auf spontane Gesangseinlagen im Auto oder Liebesbotschaften an Laura verzichtet hatte, ließ sich der Zweifach-Papa die Zeit mit seiner Verlobten nicht nehmen. Eine mögliche Trennung rückt durch den frischen Liebesurlaub nun allerdings in weite Ferne. Am Steuer eines Golfkarts schaffte es der 31-Jährige in die Story seiner Verlobten. Viele Worte verlor der gebürtige Karlsruher dabei allerdings nicht. Besser gesagt, überhaupt keins. Leicht stur und genervt spulte der Ex-Mann von Sarah Engels, 30, seine Meter ab und kutschierte Laura samt Bekanntschaft durch die pralle Sonne der Türkei. Hat sich der Best-Buddy von RTL-Urgestein-Dieter Bohlen, 69, etwa immer noch nicht von der heftigen Klatsche bei Schlag den Star gegen Kumpel Kristall, 32, erholt? Bestimmt. Auf ein Statement zur aktuellen Situation warten seine 2 Millionen Follower auf Instagram aber nach wie vor. Schon seit Tagen vermuteten einige seiner Anhänger eine saftige Krise mit Laura. Warum sonst sollte der Sänger von jetzt auf gleich von der Bildfläche verschwinden und keinen Mucks mehr von sich geben? Der gemeinsame Liebesurlaub dürfte dem Verlobten Pärchen daher gerade recht kommen und mehr als gut tun.